Gude. Alles Gude. So, da sind wir wieder zurück. Absolut, wir konnten uns gerade noch überreden, an unserem Megaprojekt jetzt noch weiter zu machen. Der wollte sich gerade schon verkrümeln. Nö? Obwohl wir so interessante Gespräche haben. Jetzt ist er verstummt. Vielleicht hat er uns gemütlich. Ja, jetzt will er nicht mehr. Ich hatte keinen Bock mehr. Jetzt will ich nicht mehr. Ach komm. Okay, ähm, Ziegel. Ja, ich bin dabei. Ja, er ist dabei. Ähm, Ziegel, Ziegel, Ziegel. Soll ich noch Bruchstein jetzt da rein donnern in das Ding? Ja, oder? Sind ja noch... Ja, Donner rein. Ich donner rein. Ich hau rein, was nicht nid und nagelfest ist. Jetzt ist er auch nicht... Ah. Ups. Nichts gemütlich. Wieso? Ja, was? Wird noch, wird noch. Okay. Ist doch nicht schlimm. Kommen die hier wahrscheinlich weg? Okay, ähm, diese ganzen Erdeblöcke hier. Äh, die sollen jetzt noch, ähm, gedingst werden, oder was? Hier, ähm... Genau, die werden Steinziegel. Warte mal, ist das... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, hab ich die... Optisch ist, glaub ich, alles... Hab die falsch platziert, das war das Problem. Jetzt stimmt's, glaub ich. Ja, die, die kannst du durch noch weglassen. Ach so. Sicher? Was? Ach ja, das war nur zum Andeuten vorhin. Ach so. Weil das wär dann dasselbe auch hier, in grün, so. Wär's mit so. Und... Was? Hallo. Ich? So? Was? Also... Nix, nix. Dieses Andeuten, da sollen dann diese Steinziegel hin, oder wie? Hier... Nee, da haben wir nur vorhin überlegt, oben drüber machen, weil... Also, nee, ich hätte jetzt die untersten zwei Reihen komplett Steinziegel gesetzt und dann erst angefangen mit allem anderen. Ach so. Genau, als... Als Basement. Genau. Wahnsinn. Aber da, wo wir jetzt die Erde hier hochgezogen haben, kommt dann... Auch Steinziegel hin. Die ersten zwei Reihen. Oben drüber. Hast du nicht zugehört? Nö. Jetzt in dem Fall. So. Beispiel. Ach so, ja. Also, dann mach ich das jetzt hier weg, ja? Und zwischendrin machen wir dann halt wieder... Luch. ... auch Stein, oder so. Wieder noch. Hast du jetzt genug? Also, Steinziegel. Tops. Genug von euch. Haben wir gemerkt, deswegen bist du ja gegangen. Er wollte gehen. Er ist ja geblieben. Wollte. Da hab ich schon tatsächlich einen daneben gesetzt. Nein. Doch. Oh. Blubb. Oh, mit Fichtenhull. Das sieht ja edel aus. Ja, da ist ein dunkler Kontrast. Das sieht echt cool aus. So, und was machen wir denn da zwischen Bruchstein, oder das? Oder wie sieht das jetzt aus? Ja, oder? Ja, hättest du gesagt. Das sieht besser aus. Also, warte. Also, warte. Ich hol mal grad Bruchstein. Das ist Bruchstein. Das ist Bruchstein. So, das heißt also hier. So, das heißt also hier. Ja. Ja. Das heißt also hier. Da geht da jetzt wieder Holz hin. Nur nicht auf die, nicht auf die Baumstamm, genau. Jetzt muss ich gucken, wo ist der Baumstamm. Da ist der Baumstamm. Hast du es wieder weggemacht? Ja. Was? Wieso? Als Scheiße ausgesehen. Es ist auch nicht symmetrisch. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ja, das war, weil du so einen komischen Kreis da gebaut hast. Ähm. Fünf lang anstatt sechs. Wie hoch sollen jetzt der Bruchstein noch? Mach mal. Komplett hoch. Wir machen... Also, jetzt nur noch hochgezogen, oder? Warte mal. Zack, zack, zack. So. Oh Gott, wir kommen hier nie wieder runter. Übrigens. Ja, das ist ja das Ding. Runter, komm mal auf Screen. Runter, komm mal auf Screen. Oh Gott. Besonders muss ich gleich Bruchstein wiederholen, weil ich hab nur 14. Vor allen Dingen, ihr müsst mal irgendwo Fenster einbauen, Jungs, ne? Ah. Das kommt danach. Ja, der Feindstift, der kommt dann erst. Okay. Dann müssen wir nämlich auch, wo die Etagen sind, weißt du? Ah. Ah. Ja, die... Das hast du gebaut jetzt. Scheiße, jetzt hab ich keinen Bruchstein mehr. Verdammter Hacke, ey. Dann baut der da alles ab, der Kerl. Okay, nehmen wir nochmal zwei Bruchsteine mit. So, jetzt... Drei? Äh, ich hab mir jetzt zwei Bruchsteine, also halt, zwei, vier... So Stacks. Genau. Moment, ich bastel, ich bastel, ich bastel, ich hier mal gerade. Wir können da besser runterspringen. Ach du mal, oh, oh. Zu gütig, der Herr. Ich hatte den, den Punkt in der Mitte extra hingesetzt, dass wir wissen, wo der Mittelpunkt ist. Findest du auch nachher nochmal schnell raus. Ja, ist ja nicht so kompliziert, aber... Ja, eben, also... Kriegen wir auch so hin, ja. Wir sind, glaube ich, alle im Kopf fit genug. Ja, fast alle. Beim Studel weiß ich's nicht. Wer ist denn... Das war jetzt ein Wett, dein Wett ist zuerst... Halt, ein zu viel. Also, eigentlich hab ich es ja zuerst angedeutet, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber ich hab den Namen genannt. Ja, gut. Machst du, machst du, machst du, ähm... Ich mach? Ja, ich mach euch... Ich mach euch ein Wasser mit und dann reinsprengen. Halt, 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 Chris. Nein, Chris. Was, was, was? Hier noch, äh, nach unten. Der muss ja zu. Ach so, oh. Toll. Aber wir können's auch offen lassen, dann mit Glas, aber ich glaub... Nee, 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 nee. Ja, nicht so. Warte mal, drei, ja. Erstmal da, da, da. Könnt den auch wirklich... Ich glaub, das würde es sogar machen. Können wir dann gucken. Streich mit dem... Mit Glas meinst du jetzt, oder was meinst du? Äh... Ne, streich den Satz mit den Fenstern wieder. Okay. Können wir... Gibt's denn nicht buntes Glas? Das ist ja saugeil. Ja, gibt's. Echt? Lass mal ein... Aber halt, das ist dünne. Achso. Aber ja, gibt's. Lass mal so. Nee, gibt auch... Gibt auch das normale, oder? Löcke auch? Ja, ich glaub schon. Okay. Lass mal ein Gebilde bauen. So ein... So ein Minecraft-Schwert. So ein Diamantenschwert. Das wär doch episch. Jetzt hab ich euch eigentlich was verraten, was wir hätten machen können. Scheiße. Ah. Äh, was anderes halt. Ist ja doch saucool. Uch, also. Wie hoch? Wir dürfen halt nicht zu hoch werden. Ja, ich weiß ja nicht, wie hoch wir jetzt noch sollen. Wir sind schon... Guck mal, also wir sehen hier das Häuschen. Da. Und da. Also entweder machen wir nochmal... Puh. Ja, ein paar Stockwerke. Aber nicht mehr viel, würde ich sagen. Sag mal eine Zahl. 129. Okay, 129. Ich fang dann mal an zu zählen. Verzählte ich auch mal nicht. 379. Oh, scheiße, passiert. Nochmal von vorne. Eins. Zwei. Jetzt ist auch noch Nacht. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ja, hier oben sind wir sicher. Ah, wir hätten hier noch auf dem Baum so helfen können. Ah, cool. Fall mal nicht ganz so tief. Aber da... Ich hab noch 18 Holzstämme. Ich hab noch 10. 17. Noch 8. Noch 6. Noch 4. Noch 2. Nichts. Braucht noch ein bisschen. Moment. Geronimo! Ist erst 1 tief. Ja, was? Ich glaub, das reicht mittlerweile sogar. Guck, hast du gesehen? Ich bin nicht gestorben. Das reicht, das reicht. Muss nur 1. Mach trotzdem 2, weil ich das will. Na gut. Ja, was hältst du von der Größe, Schrecki? Ich muss eh nochmal hoch. Das ist jetzt die letzte Etage drauf. Nein. Ja. Ich muss jetzt eh nochmal hoch, weil da fehlt noch ein bisschen Bruchstein. Oder hattest du was dabei und hast es gemacht? Nee, ich habe nicht. Okay. Dann erde ich mich mal gerade hoch. Erde, 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 Erde. Okay. Jo. Wir könnten das Wasserbecken ja eigentlich auch drin lassen als Fallschutz, wenn man runterfällt und dafür kein Gelände einbauen. Du meinst darum, dann die Treppe machen? Ja. Aber wenn man dann ein Buch aus Versehen fallen lässt. Ja, dann ist es nämlich nass. Und? Nein. Schrecki kann ich auch nicht lesen. Du hast ja keine Ahnung. Ich glaube, der Schreck geliezt am meisten von uns allen. Wow. Wow. Hier ist ja... Wow. Du hast hier Eisen freigelegt. Ja. Das hole ich mir jetzt auch noch. Ja, du weißt schon, dass wenn du unter Wasser hackst, das dauert länger, ne? Oh. Mini-Zombie. Was? Mini-Zombie? Ja, kennst du die nicht? Die sind rasend schnell. Doch, aber der kam hier gerade so angedüst. Jetzt steht er. Wow. Ah, jetzt ist er. Wow. Mach ihn fertig, ihr Arsch. Du Mörder, du hast ein kleines Kind verblüht. Gar nicht. Nie im Leben. Na, wie ist so unter Wasser? Ganz gut. Kann man einen Deckel draufsetzen? Jetzt ist ja auch gleich ein Deckel drauf. Wie mies das wäre. Ach, verdammte Hacke. Ah. Scheiße. Oh. Ey. Buh. Bäh. Idiot. Tötet ihr euch jetzt gleich gegenseitig? Nö. So, okay. Okay. Fertig, oder? Ja, gehen wir, oder? Ah, das muss... So soll es sein? Oh, dann könnte man noch ne Eisen... Auch wieder nicht so mäht sich. Ja, stimmt. Hast recht, wie du es sagst. Du müsstest ein bisschen weiter rechts sein. Ja, hier fehlt noch ne Bahn. Ja, aber ihr wolltest doch... Hier fehlt auch noch eine Bahn. Du würdest jetzt doch jetzt nicht drin lassen, oder? Eigentlich nicht. Ist doch nicht dein Ernst. Keine da. Hast du sonst keine Probleme? Ich hab abgesichert hier. Achso. Okay. Ja, sollen wir noch drin lassen, bis wir die Treppe reingebaut haben. So sicherheitshalber. Ähm, hat hier... Und es dumm ist, dass wir halt die Treppe hier anfangen. Ja, da brauchst du halt drüber, mein Gott. Also... Holzdeppen haben wir gesagt, ey. Birkenholzdeppen, dann haben wir das dritte Holz. Macht der Erde da hoch. Doch Stein hin. Dann haben wir erstmal die Erde. Und jetzt können wir wieder das Fundament bauen. Wieso macht ihr jetzt... Ey. The fuck? Warum machen wir jetzt Erde hin? Ja. Ist so. Weil du es willst. Einwege blöd, ne? Wollt noch gucken, ob ihr zuhört. Ja. Ja. Aber... Hä? Wieso? Warum denn? Was haben wir... Hä? Leberwurst. Ich check das jetzt gar nicht. So. Jetzt wieder besser. Wo ist denn jetzt die Mitte? Die Mitte ist hier, oder? Sonst ist alles okay. Hier ist die Mitte, oder? Moment, ich guck, wo sie ist. Ja, ist sie. Sie ist ja immer an dem Mittelding. Prinzipiell würde ich ja jetzt aber schon mal spontan eher sagen, nein, ne? Fackel ist richtig. Die Fackel ist falsch. Der Bauzeichen hat, äh, der Bauzeichen hat, äh, der Bauzeichen hat gesprochen. Ja, passt doch. Ey, wir brauchen Birkenholz, oder? Was machen wir? Ja, ich dachte schon. Hahaha. Hahaha. Der Scheißer aus. Aber so ein Tor müssen wir doch eigentlich mit dem Eisentor sichern, oder? Ja, das denke ich mir auch. Was ist das da oben jetzt? Sch, 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 übergang sein. Oh. Okay, was? Eichenholz? Nee, Birkenholz. Die hellen. Birkenholz. Da haben wir halt... Haben wir noch ganz viel, oder? Ja. Ich hab's genommen. Gut. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Tu, was du nicht lassen kannst. Ähm. Wo ist's noch? Ja, warum hab ich den Andesid eigentlich einschicken? Komisches... Ding hier. Ne, ja, ne? Was denkt ihr, wie viele Stufen brauchen wir? Ne Menge. Treppen? Ne richtige Menge. Menge, Menge, Menge. Genau, wie der Menge. Gut deutsch. Wie der Menge. Gut deutsch, ganz im Arsch voll. Huch. Also... Hat der jetzt mal ne Steine angesammelt? Ja, irgendwer schon. Was hab ich? Ja. So, jetzt hab ich... Mal gucken... Der Kaiser ist kein Kaiser, sondern ein Dieb. Ich hab meine Steine angesammelt. Ich hab's wieder hingeschmissen. Ah, klar. Also wo fangen wir an? Du kommst hier rein. Da ist die Mitte. Hat man jetzt irgendwann auch mal Bruchsteindruckplatten bauen können? Ne, nein. So, so ne Treppe ist auch echt schon cooler. So, und jetzt muss... Dann hier vielleicht... Hier schon um die Ecke? Ne, hier erst um die Ecke. Also das ist... Ich würd hier vielleicht, äh... Das ist... So hinsetzen. Und da dann die nächste Stufe. Genau. Immer zwei, oder? Also so, ja. Das ist dann... Warte mal, du stehst und drin. Immer die hier. Ja, und jetzt? Da kommt dann wieder ein Klotz hin, oder? Ja. Doch, doch, ist richtig. Ja? Ich meine schon. Da kommt dann umgekehrt wieder hin. Ja, gemacht. Ach, ne. Hä? War ich das jetzt falsch gemacht? Ne. Ne, warte mal. Ne, ne, die war richtig. Ah. Kommt halt jetzt die nächste schon hin. So. So, und jetzt kommt hier... Ne, ne, das wird schief. Wieso? Ist doch richtig. Das ist nicht, nicht... Äh, äh... Warte mal. Mittig. Ähm. Ja, dann hätten... Hä? Dann, ne, dann hätten wir eine zurückgehen müssen, oder? Hätten wir hier hingehen müssen. Wie? Och, Leute, muss ich jetzt echt gucken kommen? Wir planen noch. Wir sind noch dabei. Ja. Okay. So hört sich schon an. Warte mal, okay. Warte mal, theoretisch müssten wir doch eigentlich hier anfangen. Da. Du stehst nur im Weg. Wo bist du? Ah, da. Da, oder? Und da. Ja, das ist zu nah an der Tür, das sieht auch doof aus. Ja. Wir könnten theoretisch aber... Ah. Oder du fängst hier. So. Ja. So. Immer eins. Eine Stufe quasi. Okay. Dann haben wir immer einen Holzblock in der Ecke. Ah, was? Das war... Das war keine Absicht, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur... Zack. Zack. Dann ist es auf jeden Fall symmetrisch, ist halt nur ziemlich eng. Naja, aber ich meine, das ist ja auch... Wir können es ja aber auch noch eins erweitern zusammen. Och, ne, das sieht doch kacke aus. Ah, cool. Tschüssig. Wenn wir es eins erweitern noch. Also eins breiter machen, meinst du? Ja. Geht doch dann eigentlich. Also ich würde sie ja ganz an die Wand setzen und nur an diesen Vorsprüngen halt eben nur eine breit machen und ansonsten zwei. Naja, das... Hm... Was? Also du meinst... Ich finde in der Mitte, dass sie sich in der Mitte hochschraubt, eigentlich cooler. Ja, ich finde das nämlich auch cooler. Das hat nämlich was Mystisches, weißt du? Die Frage ist halt eben... Oder wie die DNA, die sich längert. Musst du halt nur gucken, dass du irgendwo oben rauskommst und in den Weg von den Büchern kommst. Naja, man kommt ja in der Mitte raus und dann kann man am Rand überall die Bücher regeln. Ja, da machen wir ja eine Plattform. Oh, lauter ist das Problem. Aber wir machen ja da noch eine Plattform, das ist ja nicht so offen. Verstehst du, wie ich meine? Weißt du? Wir machen da oben ja noch eine Plattform und dann... Achso, jetzt stellen wir vor, wir wären hier halt oben, dann hast du doch hier überall Platz. Ja, natürlich. Ohne Dach kannst du das nicht lachen. Lassen. Ja, 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 das ist mir schon klar. Deswegen... Und dann könnte man hier auch die Bücherlegale hinstellen. Ja gut, ich gebe mich schlagen. Also dann machen wir es doppelt, ja? Bist du damit auch einverstanden? Ja, damit bin ich einverstanden. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Oh, schön. Mit dem Hühn. Da finde ich auch cool. Ne, warte, scheiße. Ne, 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 deswegen habe ich das Holz, die Erde eingesammelt. Weil hier kommt die nächste hin. Die Makarte hat sinnlosen Zeug entsorgt, was ich noch ein paar Jahre habe. Ja, kein Thema. Zack. Und zack. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir da als Zwischenstufen? Machen wir wieder Bruchstein hin, oder? Ich würde da das Holz hin machen, was wir... Ich habe keine Erde mehr. Doch, ich habe noch Erde. Brauchst du Erde? Gleiche Holz. Ich habe noch Erde. Ah, das ist gleich, glaube ich, noch. Machst du klar die Leiter und ich mache den Verbrauch. Okay. Ich... Und warum habe ich einen Hebel gemacht? Huch. Ah, okay. Ach, ich wollte einen Kopf. Ich wollte einen Hebel für die Tür inne machen, da ist mir wieder eingefallen, dass das nicht geht. Wenn man auf der einen Seite einen Hebel hat, auf der anderen Seite eine Druckplatte, geht die Tür nicht mehr zu. Nein. Ach. Ach. Nein. Ach. Doch. Ach. So, jetzt sind wir doch eigentlich oben. Oh Gott. Oh, Katsache. Wir sind schon oben. Ja, perfekt. Fun. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier... Was machen wir da für... Oh, Schock. So, oh Gott. Was machen wir jetzt hier für Boden? Den Birkenholz. Ganz oben würde ich wieder Bruchsteinboden machen, ne? Ja. Achso. Den von unten dann, okay. Ja. Ja, und hier... Jetzt irgendwie... Was machen wir da als Zwischen... Wir brauchen Birkenholz. Was machen wir jetzt... Oh, warte. Hier ist noch nichts. Als Zwischenetage hätte ich jetzt Birkenholz geholt. Ja, okay. Ja, nicht als Etage, sondern einfach nur... Als Zwischen... Für die Stufen halt, meinst du? Genau. Aber ich sehe gerade, warte mal ganz kurz, warte mal... Aber jetzt mal ganz ehrlich, so können wir die Treppe nicht lassen, ne? Jetzt ist ja noch nicht fertig. Ach ja, wir haben ein Problem, glaube ich. Auch nice aus. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, hier... Richtig, richtig, richtig. Hier haben wir ein Problem. Oh, nee. Nee, ist alles richtig. Was, doch. Vom Passen her ist es... Zwei. Geht. Zwei. Geht. Du, ich habe schon von unten abgecheckt. Geht. Ja, passt. Okay. Ihr habt es abgenommen. Gut, okay. Sag mal nur Birkenholz. Ich habe keins mehr. Ich habe alles zu Stufen gemacht. Ähm... Haben wir noch Stufen? Ich habe noch welche. Ach, ab so po, ab so po. Genau. Ja, genau. Gib mir mal Stufen her. Ich setze den Rest noch ein bisschen hin. Was für ein Rest? Einfach eine Stufen. Hä? Geht doch noch. Ah, das bringt nicht so viel. Wenn du es so machst. Doch, da würde ich dann halt eben diese Halbstufen hinsetzen. Weißt du? So. Slaps. Umsetzen. Ja, okay. Ja, 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 ja. Was will er wie machen? Weiß die. Ach so. Gibt es auch in die halben, halben Plätter. Okay, ich mache mal oben schon mal das Deck, muss man so. Dann hole ich Holz noch. Was sagt die Uhr? Die Uhr 21 Minuten. Sind ein bisschen in die Überlänge, aber das können wir gerade noch machen. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall gerade fertig. Ich glaube, 128 reicht. Boah, könnte reichen. Ups. Hoppla. Ein bisschen abgestürzt. Nicht schlimm. Ich sage noch, alles fertig ist. Oh, ich lebe noch. So, wir kommen so. Egal. Ja, falsch rum. Oh, wir sind die falsch rum. Richtig rum. Toll. Ja, genau so. Nein, so nicht. Genauso nicht. Was denn? Hä? Wen meint ihr? Dann lobt man... Ich bin wohl. Den unfähigsten Kaiser der Welt. Warte mal, ich muss mal gerade checken. Steht es schon in Google, oder was? Dass du unfähig bist, oder wie? Unfähigste Kaiser. Warte, ich muss gerade mal checken. Könntest du dein Twitter-Account erwähnen, ne? Der coolste Kaiser ist unter kaiserstreckig auf Twitter zu finden. Unfähigste Kaiser. Ist der Kaiser von China namens... Also, Bufi namens Quarkstrudel... Also, da passt aber nüt, ne? User joined your channel. User left your channel. Hallo und tschüss. Guten Tag. Gehen wir gleich mal petzen. Guten Tag und tschüss. Ähm, das mit der Decke ist ja... Ja, das habe ich ja gerade abgecheckt. Au. Entschuldigung, aber keine Absicht. Deswegen, das ist ein... Ja, dann ist ja... Ah, danke. Genau da, wo ich jetzt stehen wollte, schön. So, jetzt haben wir nämlich nur ein Problem. Ich habe einen Stein vor dem Kopf. Jetzt haben wir das hier, aber jetzt haben wir keine richtige Mitte, weißt du? Was ich gesagt habe, hätte ich da mal auf mich gehört. Ja, wobei, hier geht's. Hier ist okay. Wobei, wir könnten die Treppe hier an den Stücken einfach enger machen, weißt du? Die letzten Stufen. Verstehst du? Wir könnten aber auch einfach so lassen und, ähm... Weißt du, was ich jetzt machen würde? Nee, erzähl. Ganz ehrlich. Ähm, wir würden jetzt einfach noch eine Etage höher ziehen. Irgendwann so zwei Etagen. Und? Ähm... Haben wir keinen Holzperre, Mama. Oben, oben, ähm... Dann wieder so einen Steinboden einziehen. Da unsere Bibliothek anbauen. Ja. Und dann eben dann da nur noch mit einer Leiter hochgehen, an der Wand. Also du meinst einfach hier, jetzt nochmal so, so... Genau, und da eine Leiter hoch und dann, ähm, obendrauf... Aubertisch hinstellen. Also einfach nur zwei... So. Genau. Nochmal hoch, okay. Quasi also eine kleine Zwischeninhal. Weil du bis hier vielleicht so ein bisschen die Aussicht hast und dann obendrauf halt eben das, wofür es eigentlich gebraucht wird. Ja, dann können wir... Stauchen wir hier... Fichtfenster. Ja, das können wir ja dann noch machen. Ich mach jetzt erstmal alles zu. Macht er gerade. So, genau. Ja, nur schon mal einfach... Nur brauchen wir nochmal Fichtenholz. Ja, das ist ja kein Team. Okay, und dann jetzt... Ach nee, wir müssen drei hoch, weil sonst wird es ja zu knapp. Vor allen Dingen sieht dann die Pagode in der Mecker. Nicht mehr ganz hoch hiesig aus. Okay, warte. So, hupser. 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 Hier ist der Aufstieg. Also, kann man hier sogar wieder Steinlein machen. Ähm, Steine haben wir noch genug, ne? Ja, ja. Äh, ich hab... Mal, was müssten wir noch, weil ich hab nämlich jetzt gerade noch eine Idee gehabt. Was machst du? Ja, die Decke. So wie er gesagt hat. Oder wie hoch? Ja, die ist noch... Die... Eins höher noch, oder? Weil hier ist jetzt nur zwei hoch. Okay, dann mach ich noch... Drei hoch und dann die Decke drauf. Wäre jetzt nur meine Idee gewesen. Ähm... Ich hab nämlich viel zu viel geholt. Ja, ist alle selbst eingefallen. Ach, toll. Schmeiß her. Mehr. Uiuiui. Nein, jetzt hast du das alles wieder. Nein. Warum geht das nicht mehr? Ich glaub, lag ein bisschen. Ja. Habe ich auch gerade gemerkt. Jetzt aber. Ja. So, und jetzt mit dieser Mittelsäule. Da können wir doch super die Fackeln anbringen, oder? Boah, Schock. Alter, ist das risikoreich gerade hier. So, hab ich jetzt drei? Ja, ne? So, du dürfst doch gehen, oder? Ja. Da kannst du jetzt die Decke dran basteln. Dann mach ich jetzt hier die Decke. Sehr schön. Das sieht auch top aus. Ja, das ist doch... Das ist doch optisch. Okay. Nein. Ach, verdammte. Hast du noch Bruchstall mit? Nein. Ich hab mir gerade selber drei geborgt. Okay, weil... Jetzt hab ich nichts mehr. Okay, muss ich hier nochmal... Uah. Okay, da muss ich nochmal abmachen. So. Dann geh ich gerade nochmal runter. Boah, das sieht cool aus. Warum Fichtenholz? Ach, da ist der Fall. Ein bisschen wird man bekloppt. An dir mach ich mir ja keine Gedanken mehr. Bist du eh schon. Eins, zwei, drei. Aha, ha, 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 ha. War kein Netz. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. Oh, unterschiedliche Blätter. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Wie viele Fichtenholz brauchen wir oben? So. Keine Ahnung. Ach, wir brauchen ja noch eine Etage oben zu über. Ja. Ja, genau. Also, wir brauchen noch viel. Wir brauchen vor allen Dingen noch Leitern, um für hochzukommen, ne? Ja, Wasser. Ja, eben. Stimmt, Leitern. Aber wir sind auch schon gleich bei einer halben Stunde, gell? Scheiße. Also, ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein, oder? Ja, ich mache das jetzt, jetzt habe ich Ehrgeiz und will das gerade noch fertig machen. Also, ich für meinen Teil. Ja, ja, ja. Ja, gut. Das kann ich noch fertig machen. Aber wir können erstmal einen Cut machen. Ja, ich würde auch sagen, dass ich hier, boah, mit diesem schönen Sonnenuntergang jetzt gerade noch schnell genieße. Und wir sagen ganz schnell Gude. Gude. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.